Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir mit etwas Neuem anfangen, mehr oder weniger neu. Und zwar immer noch Collections, aber Maps. Maps sind etwas Tolles, eine Erweiterung sozusagen von Listen, von Arrays, von Sets. Und ja, es gibt da einiges, was wir wissen müssen über Maps. Aber heute wollen wir uns erstmal mit den grundlegenden Dingen beschäftigen. Denn ja, Maps sind mächtig und es ist gar nicht so einfach, welche zu erstellen. Also fangen wir direkt einfach mal an. Maps verknüpfen zwei Werte. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen eine Map erstellen. My Map. Logischerweise ist das Ding vom Typ Map. Ja, wer hätte es gedacht. Aber wir können hier zwei Typen angeben in diesen eckigen Klammern. Äh, Spitzenklammern, sorry. Und zwar sagen wir hier einfach mal, wir hätten ganz gerne String und String. Wir können auch unterschiedliche Typen angeben. Wir können auch String und Int machen. Wir können auch String und was auch immer euch einfällt machen. Wir können auch Int und was euch immer auch einfällt machen. Und wir können hier alles miteinander verknüpfen. Also jegliche zwei Typen. Das ist das Tolle daran. Und ja, wir generieren das Ding einfach, indem wir wieder mal Map of verwenden. Das ist wie bei List of oder Array of oder, oder, oder. Also eigentlich nicht wirklich was Neues. So, und jetzt kommt hier die Magie zum Tragen. Wir können nämlich jetzt hier zwei Werte miteinander verknüpfen. Und das haben wir schon mal kennengelernt, nämlich mit Paaren. Bei der SIP-Funktion zum Beispiel haben wir das kennengelernt. Wir wollen hier so ein Paar reinstecken, myPair. Und ja, dazu generieren wir natürlich erstmal eine Variable myPair vom Typ Pair, wäre jetzt gedacht. Und müssen natürlich hier dieselben beiden Typen wiederfinden. Also einmal String und einmal Int, wie wir auch unten beim Map kennengelernt haben. Denn quasi eine Map verknüpft mehrere Paare sozusagen in einer Karte. Und wir erstellen das ganze Ding als Pair und zwar mit den Werten Hello und Hello und 0 zum Beispiel. So, und jetzt haben wir hier ein Paar und das können wir hier einfügen. Und meine Map, die sieht dann relativ cool aus. PrintLineMyMap.toString. So, wir schauen uns mal ganz kurz an, wie das aussieht. Das ist eigentlich relativ simpel. Und wir sehen hier Hello gleich 0. Dieses Gleich ist jetzt hier keine Äquivalenz. Also das ist nicht wirklich gleich, das beides, sondern das ist einfach nur hier vorne der Schlüssel. Und das hier hinten ist der Wert. Also Key-Value-Paare sind das hier. Und das ist quasi genau das, was wir hier bei einer Map machen. So, Kotlin hat allerdings hier natürlich noch ein bisschen weiter gedacht. Und dachte sich, Mensch, jedes Mal so ein Paar zu generieren, ist ein bisschen nervig. Wir machen es dem User ein bisschen leichter. Und da muss ich sagen, Kotlin, vielen Dank dafür. Das ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Art und Weise, wie man Paare erstellt. Und zwar kann ich einfach sagen, world2.1. Und das ist, oder tut 42, muss nicht in Ordnung sein oder in einer Ordnung drin sein. Es kann einfach irgendwas sein. Und damit habe ich automatisch schon ein Paar generiert, das String und Int verknüpft. Und diese beiden Werte dann eben aufeinander mappt. Und das ist ja genau das, was wir in unserer Map auch haben wollen. Wir wollen ja, dass die beiden Werte miteinander verknüpft werden. Sehr, sehr angenehm also. Denn wenn ich das Ding jetzt ausgebe, dann sehen wir hier, dass world gleich 42 hier steht. Cool. Ja, und das ist eigentlich super angenehm. Wir wollen jetzt natürlich noch hier einmal kurz demonstrieren, wie man eigentlich auf Werte von dieser Map drauf zugreift. Sprich, ich kann hier sagen, my map und anschließend einfach eckige Klammern. Wie bei einer Liste auch, weil das ist eine Collection. Da kann ich immer mit diesen eckigen Klammern eigentlich drauf zugreifen. Und jetzt muss ich hier nicht irgendwie 0, 1, 2 oder sowas angeben, sondern ich kann einfach meinen Key eingeben. Und ihr erinnert euch noch, der Key ist das, was vorne steht. Das heißt, wir können jetzt hier nach diesem Hello oder nach World suchen. Und automatisch finden wir den Wert raus, den wir dabei haben wollen. Das heißt, wenn wir hier World ausgeben, sehen wir hier, aha, World ist also 42. Das kenne ich doch irgendwo her sehr, sehr gut. Ja, warum ist das sinnvoll? Weil häufig werdet ihr nicht nur einen Wert haben, den ihr auslesen wollt, sondern ihr werdet häufig zwei Werte verknüpft haben. Ihr werdet zum Beispiel eine Liste aus Usern oder eine, ja, eine Liste aus Usern haben, also aus Nutzern. Und diese Nutzer werdet ihr nicht unbedingt immer mit einer Zahl ansprechen wollen. Ihr wollt nicht unbedingt immer durch alle Nutzer durchlaufen, sondern ihr wollt vielleicht einfach mal ganz kurz nach dem Nutzernamen suchen können. Und hier bietet sich natürlich eine Map an, weil hier könnt ihr dann einfach den Nutzernamen angeben und bekommt dann den kompletten Nutzer hinten rausgeliefert. Das heißt, ihr habt hier eine Verknüpfung von String, Nutzername, ja, hin zu User, wobei User eine eigene Klasse ist. Und das haben wir ja schon gemacht. Da hatten wir schon Objektorientierung dafür, quasi, dass ihr einfach sagen könnt, okay, ich habe jetzt hier also eine Klasse User und ich habe meinen Usernamen vorne als String drin und so kann ich quasi meinen kompletten User auslesen. Das heißt, was ihr jetzt als Übung machen könnt, ist einfach diese beiden Dinger hier verknüpfen, einmal String und einmal eine User-Klasse. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.